Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag, 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Sitzt ein Rollifahrer und ein Blinder im Wirtshaus und erzählen sich Behindertenwitze. Irgendwann haben beide die Nase voll und sagt der Rollifahrer, ich geh jetzt heim, sagt der Blinde, das schau ich mir an. Der Montagswitz Das war der Montagswitz und zwar diesmal von Kim und Moritz aus München, den beiden größten Montagswitz-Fans hier auf MabacherTV. Ich möchte euch bedanken für den Witz und liebe Kim, du hattest letzten Montag genauso wie ich Geburtstag, nachträglich alles, alles Gute und euch beiden nochmal Danke für den Witz. Wenn ihr Montagswitze habt und wollt, dass ich sie erzähle, schickt sie mir in die Kommentare oder auf der Facebook-Seite mabacher.com. Ansonsten teilt diesen Witz, habt Spaß damit, habt eine schöne Woche und wir sehen uns nächsten Montag wieder beim Montagswitz.